Hallo ihr Fans des FC Köln, willkommen, es reicht, wenn ihr ein Like hinterlasst und den Kanal abonniert, denn hier gibt es täglich Neuigkeiten vom FC Köln. Zwischen 2016 und 2020 spielten Marco Höger und Marcel Risse gemeinsam und erfolgreich für den 1. FC Köln. Bald könnten sich ihre Wege wieder am Geisbockheim treffen. Denn der eine soll bereits im Sommer zum FC zurückkehren, dem anderen haben die Geisböcke die Tür für eine Rückkehr weit geöffnet. Höger will weitermachen, Risse hört auf. Denn Höger will nach dem Ende seiner Laufbahn weiter im Profifußball arbeiten, hat sich bereits in den Feldern Scooting und Spielanalyse weitergebildet. Zuletzt war der gebürtige Kölner immer wieder bei der U21 zu Gast gewesen und hatte unter anderem mit Köln-Chef-Scout Martin Schulz auf der Tribüne die Spiele verfolgt. Daneben dürften in den kommenden Wochen auch die Fragen zunehmen, ob der FC mit Marcel Risse einen weiteren Ex-Star zurückholen wird. Am Samstag ging die Karriere des Rechtsaußen zu Ende. Mit Viktoria Köln triumphierte Risse im Finale um den Landespokal gegen den 1. FC Düren, 2 zu 0. FC öffnet Tür für Risses Rückkehr Es war das perfekte Ende einer erfolgreichen Laufbahn, die Risse mit einem Titelgewinn krönen konnte. Der Kapitän dürfte den Pokal in Empfang nehmen und mit seinen Teamkollegen feiern, nachdem er bereits vor dem Spiel offiziell von der Viktoria verabschiedet worden war. Risse hatte Mitte Mai seine Entscheidung für das Karriereende verkündet. Risse hat noch offen gelassen, was er im Anschluss an seine aktive Laufbahn machen will. Doch der FC hat bereits die Tür für den 33-Jährigen geöffnet und würde den Rechtsfuß gerne ans Geisburgheim zurückholen. Ich kenne kaum einen Spieler, der die FC DNA so sehr in sich trägt wie Cello. Ich hoffe, wir sehen uns beim FC irgendwann wieder, hatte Thomas Kessler bereits im April 2022 gesagt. Wenn Sie möchten, dass wir weiterhin täglich Neuigkeiten vom FC Köln bringen, hinterlassen Sie es in den Kommentaren. Ich möchte es!